Servus Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Streets, ich war unterwegs einen GP-Coin zu finden für eine Daily und das Event war auch noch am Start, das heißt, es liegt Schnee, aber bei den Events-Gaps war ich in dem Fall nicht und gefunden habe ich aber ein paar PMCs und weil wir auf Streets sind, ein Haufen Player-Gaps, es ging also zur Sache, dabei als Waffe hatte ich die DTM, der und werdet ihr gleich sehen, die ist wirklich gute, mit die beste Waffe, diesen Vibe, aber viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen, es war sehr unterhaltsam, schaut es euch an, ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, jetzt viel Spaß. Dann kannst Leute über 50 Meter wegmachen mit dem Ding. Das war eine lange Runde für ihn. Das liegt aber auch am Schnee, dass ich ihn da gesehen habe. Das ist so ein bisschen zu schütteln. Ja, das kommt mit der Erfahrung. Wahnsinn. Das kommt. Okay, Nummer zwei. Okay. Zwei PMCs, die mich nicht mehr mögen. Zwei PMCs, die mich nicht mehr mögen. Was ist hier los, ey? Alle Spawns laufen zu mir, oder was? Zwei PMCs, die mich nicht mehr mögen. Okay. Alright. Next. Oh, es ist ein Body. Ich nehme es. Schauen wir euch den Laser an. Das habe ich auch selten an der Stelle, dass alle Spawns zu mir kommen. Wo ist der? Wenn wir schon dabei sind, können wir ja auch noch einen wegpflüten. Ich glaube, der ist innen drin. Hat er Glück. Kein One-Shot für ihn. Hä? Okay. Ich hätte meinen Backpack gebrobt. Ähm. Oh, ne Green Flare. Okay, packen wir mal ein. Da ist das. Jetzt kommt er weg. Jawollo. So. Nicht, dass hier wieder ein Bitcoin liegt, den irgendwer nicht wollte. Okay. So. Okay. Okay. GP-Coin brauche ich einen, aber oben wird schon einer spawnen. Der spawnt da immer, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe mich nicht alle, wenn mich nicht alle, wenn mich nicht alle, So, GP-Coin oder ein Bitcoin, wenn es sein muss. Den nehmen wir auch. Aber gar nichts ist auch schön. Ah, ich weiß, wie das ist. Einmal, wenn man sich einen GP-Coin wünscht, dann findet man den nicht. So, haben wir Collapsed Crane? Haben wir sogar. Gehen wir auf jeden Fall über die Polizei. Drei Leute direkt am Anfang der Runde. Dann ist Ruhe. Hier ist noch zu. Sieht alles ruhig aus. Tür zu. Da oben ist die Tür auch zu. Lohnt sich da zu schauen. Man kann nämlich hier durch das Fenster auch da oben rein nähen, wenn man will. Wenn da oben einer hockt hier. Das geht. Das gibt es doch jetzt was wert. Nicht, dass die wieder, die frostigen Jungs wieder am Collapsed Crane hocken. GP-Coin. Come on. Pink, welcome back. Hey, speicher, servus. Ich bin jetzt GP-Agrot. Ach du lieber Gott Irgendwas hat die noch geschossen Was denn? Das war eine Nate, ne? Das war auch ein Spieler Was macht denn ihr alle? Wieso lauft ihr mir alle rein? Na gut Wieder drei weitere, die mich nicht mögen Ja, unlucky mir raus Unlucky Irgendwas stimmt hier nicht, ja Ich glaube der an der Tür, das war auch Weiß ich nicht Noch ein Spieler Passiert leider, Bill House Passiert Noch einer Scheißdreck, der ist schon drin Was ist ein Skeff oder ein Spieler? Ich bin mir nicht sicher So oder so? Er mag mich nicht Ich glaube das war ein Skeff Wir müssen hier los Das ist Hier Party machen in der Polizei, das hören alle Skeff Spieler Das war ein Skeff Das hier war ein Spieler Er hat noch schön gemütlich die Tür zugemacht Das war ein Das war ein Hat der gerade seinen... Kleiner Skepschreit hier, hm? Was erzählen die sich eigentlich? War das ein kleiner Skepschreit? Kleine Streitigkeiten unter Kollegen? Er hat ihn angebaut, weil der andere ihm hinterher rennt, irgendwie so, keine Ahnung. Ah, okay. Er hat nicht mal gecheckt, dass ich ihn erschossen habe. Er hat einfach weiter geredet. Er hat einfach weiter geredet. Nächste. Ich muss hier unbedingt weg, die ganzen Skepschspieler, die jetzt kommen. Ach du lieber Gott. Was ist mit? Danke fürs Stehen im Stehen-Nuten. Da hat er mir schön seinen Buckel gezeigt. Was ist denn hier drin? Weg. Immer mit. Hey, hier ist eindeutig viel zu viel los. Wir gehen jetzt dann mal. Das reicht mir. Was ich gesagt habe. Wenn du hier Party in der Polizei anfängst, dann kommen die ganzen Skepschspieler. Kommt der nächste. So, da hinten rennt er. Oh, das war gleich ein Spieler. Ja, da ist er. Moment. Gut. Ähm. Okay. Dankeschön für den 21 Monate. Du bekommst zur Genaubefalle. Aber läuft eigentlich, ne? Ganz witzig gerade. Könnte schlimmer sein. Danke für den Support. Hm, ist da der hier drin? Alles klar. Immer mit. Moin Pitchboy. Der Salatschüssel ist der nette Name für den Helm. Herr Nils, servus. Wollen wir noch schnell durchgehen? Ich glaube, wir machen noch schnell Check 15. Wenn schon, denn schon. Vielleicht finde ich noch einen GP-Coin. Heute in dem Tag auf nur Wochenendtag auf. Und Feiertag Tag auf. Ist noch härter. Tag dreimal, ich muss hier weg. Ja, jetzt ist er gerade wieder ruhig. Die erste Welle abgewehrt. Wir looten. Hier liegt noch Zucker und so einen Scheiß. Kann sich gönnen. Hast du es überlebt? Hast du Streets überlebt? Nein, es geht nicht. Habe ich einen Ergo-Stuhl? Ich habe einen Stuhl, ja. Ausruf seinen Stuhl. Ist auch unten verlinkt. Tanginilz, du auch. Gut, dass wir hier noch reinschauen, ne? Und ich wollte gehen? Pfff, lol. Lol. Noch schön den Bitcoin gejoinkt. Nochmal 8, 5, 5, okay. Halt nochmal. Mit dem bin ich zufrieden? Ich denke mal, mein Rücken macht Probleme, das hat wenig mit dem Stuhl zu tun, sondern halt einfach, dass ich mich viel zu wenig bewegt habe. Ich glaube, den Stuhl, der einfach alles ausgleicht, ohne dass man irgendwas machen muss, den gibt es halt nicht. Never lucky arms, ja. Ja, das A-Team. Er setzt nicht die Bewegung, die nötig ist, ja, ganz genau. Gaming-Stühle sind grundsätzlich sehr unergonomisch und, ja, lieber ein bisschen Geld in, wie heißt es, in ergonomische Bürostühle ausgeben. Da ist euch mehr geholfen. So, wir gehen jetzt mal raus hier. Wir gehen jetzt mal raus hier, aber wir nehmen vorher noch ein bisschen Drogen. Fuck, Mann. Unter mir ist schon wieder was. Irgendwo vor der Küche war, ne? Also hier. Auf, bist frei. Er wollte weiter looten, ne? Okay, auf geht's. Ich werde jetzt hier nicht das Looten anfangen. Oh. Oh. What? Ich hab genaded. Weiß ich wohin. Hier ist mir eindeutig... Hier ist mir eindeutig zu viel los, wollte ich gerade sagen. Holy moly. So, reicht. Raus hier. Ordentlich Action hier im Schnee, muss ich sagen. Oder? 6 PMC-Kills, kann das sein? Ah, wisst ihr was? Oh, hallo YouTube. War auch ne gute Runde. Machen wir mal hallo YouTube. Ja, ich hab da kein Affiliate Link für Pink. Gibt's auf Amazon, glaube ich nicht. Macht mal hallo YouTube im Chat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und ein Haufen Sketch Player schon wieder. Und Light Linky, dankeschön für 12 Monate, lange fürs ganze Jahr. Mir kommt so genau, wofür du lange findet hier eins. Mir geht's, servus. So, passt. And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again